Diese ganzen Rände hätte man alles von China und Puzzle-Rennen sammeln lassen können. Warum für viele Leute gar nicht schnell, wenn sie auch zwei machen könnten? Du machst doch nichts! 14 und 13 mache ich auch nicht. Ja, aber wieder mein Papa, der nicht bezahlt wird. Aber die beiden, die angestellt sind, die sitzen zu Hause. Hab ich einen Hänger? Ja, aber ich kann doch meinem Papa helfen. Hallo Freunde der Sonne, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kiosk-Kanal. Ich bin jetzt auch mal wieder da, ich war ja die letzten Tage nicht so oft da. Fadern hat viel geholfen, Markus war auch nicht da. Wir gucken jetzt mal, ob sie doll gefuscht haben. Geht aber eigentlich. Aber dafür, dass Pascal der Hüge sagt, ist nichts zu tun. Man könnte ja hier mal alles aufziehen und mal in Mülltüten machen. Och, Pascal ist auch ein Quatschkopf. Das muss doch auch noch alles weg. Ja, nee, ist soweit alles gut. Wenn man nicht alles selber macht. Wir können jetzt noch mal ins Vieh mal durchfähen hier und den Spaß in Mülltüten machen. Schneide ich nicht? Achso, warte mal, willst du? Äh, die Rohre kann man ja noch wegbringen. Deswegen würde ich da nicht noch Müll drin machen. Sondern die Rohre ist ja Metall, das kann Fadern wegbringen. Ja, ja. Und hier Müll. Also erstens Pascal, ich mache mit Marvin die Deckenplatten weg. Alles oben noch drin. Dann nicht einmal hier durchgefickt. Nachher kommt Red Bull und es sieht aus. Mann, fass doch damit deinen Händen an und geh einfach noch einen Schritt mehr hoch auf der Leiter. Ich hasse mich wirklich. Nee, was stellst du dich denn so an? Oh, guck mal, wie einfach das geht. Ich nehme es dir sogar ab. Nö. Hast du einen Handfinger? Solltest du mitbringen, habe ich dich am Telefon angeschaut. Wollte ich mitbringen, habe ich nicht. Ja, hast du Geld mit? Nö, habe ich auch mal. Ich kann doch nicht fünf Stunden warten, bis du mal deine Scheiße hier machst. Oh, ey, ich hasse. Du siehst, ich habe das nicht gemacht. Naja, weil es so viel ist und du groß getönt hast, habe ich... Guck mal, was weg ist. Das hat doch alles Marvin gemacht. Oder wollte mein Vater irgendeinen Schrott haben? Ja, das Holz, wenn das Holz ist. Nee, alles weg. Wegen zwei Euro Holz sparen, brauchen wir keine fünf Monate warten. Ach, mir ist eklig. Was ist denn eklig? Spinnen. Spinnen? Ja. Das ist gerade eklig, Spinnen. Ja, das ist eklig. Nimmst du dir einen Müllsack und machst du direkt rein. Aber da hinten sind auch nochmal zwei. Auch hier hinten, Pascal, hier sind noch alle. Da sind noch Platten. Die Regale hängen noch da. Aber gestern schön in einer Insta-Story zu zeigen, wie du auf dem Balkon mit einem Seifenblasen rumspritzt. Jesus, der Gesichtsausdruck. Warum nimmst du denn da oben nicht die Kleine auch noch schnell mit runter? Welche? Ich hole mich nicht gesehen. Ja, du hast wohl einiges nicht gesehen. So, guck mal, hier. Für Papa, mein Ding. Kann sein, dass er noch ein Kopf fällt? Oh, geil, ich hab die Apfel gekriegt. Bauch fällt. Hast du noch eine Schere hier? Eine Schere? Ich war auch schon. Achso, du meinst du bisher noch da? Du hast keinen Sturm drauf, oder? Ich hab alles ausgemacht. Eins der meisten Kommentaren, wenn es nicht überall hieß, achtet mehr auf Arbeit. Loks. Der große kannst du ja schon direkt mit der Hand reinmachen. Und rein rein rein. Und rein rein. Und rein rein. Halt dir noch nicht so steil. Der Gina und Karte stehen bereit. Warum du nicht immer in den Lachs komm mal vorbei, mach mal Wesen rein. Die werden schon bezahlt. Mach uns Wesen rein, wenn auch der ganze Köln drin liegt. Alles, was weg ist, ist weg. Aber du musst ja fünfmal Besen reinmachen. Ja und? Lieber, du kommst, 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 du kommst. Stimmt doch mal gerne ab. Einmal Besen rein oder fünfmal. Machen wir mal Taxi denn? Fünfmal Besen rein. Diese ganze Rente, man hat alles Vongierer und Patte rein sammeln lassen können. Warum fünf Leute anstellen, wenn es auch zwei machen können? Du machst doch nichts. 14 und 13, meine ich auch. Ja, und wieder dein Koffer, der nicht bezahlt wird. Aber die beiden, die angestellt sind, die sitzen zu Hause. Hab ich einen Hänger? Ja, aber ich kann doch meinem Papa helfen. Der ist 60 und soll nicht mehr so schütteln. Der hat Herz und dreht hier alles. Das hat er mir nicht erzählt, das ist eine neue. Guck mal, hier ist doch auch ein hohes Telefonkabel. Das läuft doch auch in der Telefonleitung oder? Das? Das ist einfach von... Weißt du auch, weißt du das? Nein, das ist doch gar nicht angeschlossen. Hier ist nichts angeschlossen, diese Lahn, das ist doch nicht aufgefallen. Das ist alles locker 20 Jahre alt. Und deswegen ist es in den Müll, oder was? Ja. Das sind die gerade Probleme. Jetzt darf doch alles noch einbauen. Der wollte den Bull so hier reinlassen. Ach so, dass du die jetzt da reinlassen? Das war hier doch noch alles weg. Die sind in 15 Minuten da. Ja, knapp. Wollt ihr hier auch in diesem Staub ersticken, oder was? Ja, wenn du das fängst, dann mach es viel besser. Ja, ist es doch auch. Ja, Pascal, dann geh sterben wir dich. Eigentlich, wenn ich jetzt hier dran... Was würdest du noch für mich machen, Pascal? Nee, hör mal auf. Das ist jetzt nicht so fachmännisch. Was war hier je fachmännisch, ist die Frage. Gesundheit. Ich bin maximal 20 Minuten hier. Und was schon nicht geschafft ist, war du in drei Wochen nicht gemacht. Was hab ich denn hier gemacht? Alles wieder vergessen gerade, ne? Der hat den Schwiegel kaputt gemacht. Äh, Papa, hat den noch runtergehauen. Weißt du es nicht mehr? So, meine Lieben, ich habe auch mal wieder da gearbeitet, im Gegensatz zu den anderen. Gino und Patti können hier auch immer noch mal wegräumen, alles. Weil wenn du mit Papa heute jetzt alles rausräumt, dann liegt dir immer noch Scheiß am Boden. Und das können wir dann einmal schön fangen. Und hier, das, Pascal, das ist auch alles weg. Alles weg. Wenn es euch gefallen hat, bitte den Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank, dass, ey, so viele jetzt schon da sind. Hätte man wirklich nicht gedacht. Wenn ich ein bisschen meckerisch bin, tut es mir sehr leid. Aber ey, die machen. Wenn ich es nicht selber mache, macht es keiner. Tschö.